Herzlich Willkommen zu diesem Erklärvideo, es geht dabei um den Grünling, den Pilz des Jahres 2021. Das ist Pilzsammler. Er kommt jeden Herbst für zwei Wochen den ganzen Weg aus den USA, um in Europa die leckersten Pilze zu sammeln. Das macht er seit mehr als 20 Jahren. Oh, ein Grünling. So einen habe ich ja seit Jahren nicht mehr gesehen. Die geben der Pilzpfanne immer so einen guten, fruchtigen Geschmack. Den packe ich doch gleich in mein Körbchen. Moment, Moment! Das ist Nathalie Urfreundin, aber eigentlich nennen sie alle nur Nat. Sie ist von der örtlichen Naturschutzbehörde und ist im Herbst auch regelmäßig im Wald unterwegs auf der Suche nach den schmackhaftesten Pilzen. Pil, richtig? Ich glaube, wir haben uns letztes Jahr schon an fast der gleichen Stelle getroffen. Entschuldige, dass ich so laut geworden bin, aber wolltest du gerade den Grünling abschneiden? Ja, stimmt. Ich habe schon lange keinen mehr gegessen. Lass das besser sein. Der Grünling ist seit neuestem als Giftpilz gelistet und hat schon zu einigen Todesfällen geführt. Außerdem gehört er zu den geschützten Arten. Ach wirklich? Das wusste ich nicht. Aber komisch. Ich hätte schwören können, dass ich Grünlinge vor fünf Jahren oder so noch gegessen habe. Da ist nichts passiert. Puh, da hat Pilzsammler aber nochmal Glück gehabt. Der Pilz, den er da erneut verspeisen wollte, ist der unter den PilzsammlerInnen und HobbyköchInnen wohlbekannte Grünling. Er wird auch als echter Ritterling bezeichnet. Sein wissenschaftlicher Name ist Tricholoma equestre. Der Grünling gehört der Familie der Ritterlingsverwandten Tricholoma taceae und der Gattung der Ritterlinge Tricholoma an. Verwandte Arten des Grünlings sind die Galliger Ritterlinge, die Schwefelritterlinge sowie die grün-gelben Ritterlinge. Vor allem beim Schwefelritterling gibt es eine große Verwechslungsmöglichkeit. Achtung! Der Schwefelritterling ist ebenfalls giftig. Er zeichnet sich jedoch, anders als der Grünling, durch einen unangenehmen Geruch nach Leuchtgas aus. Wie erkennt man nun einen Grünling? Der Pilz besteht, wie es dem Aufbau eines typischen Pilzes entspricht, aus einem Hut und einem Stiel. Der Hut des Grünlings ist gewölbt um bis zu 12 cm breit. Er hat fein anliegende Schüppchen auf der feuchtschmierigen Oberfläche. Auf der Unterseite des Hutes befinden sich dicht gedrängte, um den Stiel tief ausgebuchtete Lamellen. Sie weisen eine Schwefel- bis zitronengelbe Färbung auf. Kommen wir nun zur Beschreibung des Stiels. Dieser ist zylinderförmig, bis zu 10 cm lang und weist in der Regel eine hellere Färbung als der Hut auf. Das Myzell des Grünlings ist ein großes unterirdisches Geflecht. Es ist so groß, dass nah beieinander stehende Pilze oftmals die Früchte des gleichen Myzells sind. Doch was genau ist ein Myzell? Das Myzell eines Pilzes ist ein Geflecht unterhalb des Pilzfruchtkörpers in der oberen Schicht der Nährgrundlage. Es ist eine mehr oder weniger üppige Vernetzung dünner Fäden. Die Hauptaufgabe des Myzells ist die Speicherung von Nährstoffen, die später für die Entwicklung des Fruchtkörpers benötigt werden. Der Grünling ist von September bis Oktober auf Wiesen, am Waldrand oder in Gemeinschaft von Espen, Kiefern und Fichten zu finden. Warum in Gemeinschaft von Espen, Kiefern oder Fichten fragt ihr euch? Der Grünling lebt in Symbiose mit Bäumen wie Espen, Kiefern oder Fichten und er benötigt vor allem nährstoffarme Biotope. Warum wurde genau diese Pilzart nun von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie zum Pilz des Jahres 2021 ernannt? Durch die Ernennung soll auf einen ehemals bedeutsamen Markt und Speisepilz hingewiesen werden. Der Grünling gilt jedoch heute, wie uns Nat bereits erklärte, als giftig. Der Verzehr des Grünlings hat in den vergangenen Jahren zu mehreren Todesfällen geführt. Bei Personen, die innerhalb von wenigen aufeinanderfolgenden Tagen Pilzmahlzeiten zu sich nahmen, löste der Grünling eine Rhabdomyolyse aus. Bei einer Rhabdomyolyse zerfallen quergestreifte Muskelfasern, wie sie in der Herz- und Skelettmuskulatur sowie dem Zwerchfell im menschlichen Körper vorkommen. Das dabei freigesetzte Myoglobin, welches essentiell für die Sauerstoffversorgung eurer Muskeln ist, schädigt in der Folge eure Nieren. Für einige Patienten endete dies in den vergangenen Jahren tödlich. Deshalb, liebe PilzsammlerInnen und HobbyköchInnen, merkt euch bitte, veraltete und nicht aktuelle Pilzbücher können sehr gefährlich sein und sollten direkt ersetzt werden, da es immer wieder, wie in diesem Falle auch, neue Erkenntnisse über Pilze geben kann. Doch der Grünling wurde auch zum Pilz des Jahres 2021 ernannt, weil er unter die Bundesartenschutzverordnung fällt und somit zu den besonders geschützten Arten gehört. Denn der Grünling benötigt, wie wir es gelernt haben, nährstoffarme Biotope, die jedoch zunehmend durch starke Stickstoff- und Phosphorüberdüngungen aus Landwirtschaft, Verkehr und Industrie gefährdet sind. Es ist also strengstens verboten, den Grünling zu sammeln. So, lieber Pilzsammler, ich hoffe, du hast heute was dazugelernt. Ja, liebe Nat-Urfreundin, vielen Dank, das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Ja, liebe Nat-Urfreundin, vielen Dank. Ja, liebe Nat-Urfreundin, vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020